Hallo, ich bin der Doktor. Spieler, das ist ein Spieler. Ich bin jetzt hier hinten. Da bewegt sich da. Da läuft was. Ja, ja. Ich bin ein Raum weiter, ne. Ich bin ganz umlaufen. Berti, ne. Ich stehe jetzt vor dir quasi. Okay. Ich bin noch am Gang. Ziel am Gang, falls ihr da lang. Wer ist Metall? Eben einer. Ja, kommt von hinten einer hoch. Schon einer tot von euch? Nein, nein. Robben. Nice. Servus, grüß euch und hallo. Und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov. Und herzlich willkommen zu dieser Runde Labs. Ja, ihr habt gleich mal gemerkt, es ist schon mal volle Knäcke am Anfang zu gegangen. Es wird auch endlich weitergehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, ihr wisst ja immer. Daumen nach oben freue ich mich sehr. Natürlich dürft ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr mehr Escape from Tarkov Content sehen wollt. Vergesst dann nur die Glocke nicht. Dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Ja, ansonsten besucht mich gerne mal live auf Twitch. Ich bin meistens in den Abendstunden, Dienstag, Mittwochs, Freitags und auch Sonntags online. Und spiele auch hier eigentlich hauptsächlich Escape from Tarkov. Ansonsten weiterhin viel Spaß mit dem Rode und viel Spaß auf Labs für Deichservus. Eierdok. Da sind zwei. Ja, ich weiß nicht. Von der Mitte her, gell? Ja. Den langen Gang durch. Der kommt her. Ich höre es. Zu zweit. Einer Minus. Ja, sehr gut. Da ist noch einer. Komm. Vielleicht ins Bild. Heil dich mal schön, ja. Ja, ich heil mich, genau. Ich habe Treppe in Sicht. Unterbrech das immer. Außer du hast ganz viel zu heilen. Dann heil dich durch. Mit Taubauer? Ja. Okay. Ich werde jetzt mal kurz picken. Ich ziehe jetzt leicht nach vorne, bis zur rechten Seite. Aber er kommt irgendwo von links, gell? Ja, er ist von links. Er ist bei dem Zelt da. Also diese komische Dings hier. Er ist links davon. Er bewegt sich jetzt. Ich habe das Gefühl, der rennt weg. Ja. Er rennt da immer hin und zurück. Mhm. Zu dem Büro, sondern wieder zurück. Ich sehe zu diesen Zelten nach vorne. Ich habe ein bisschen was vorne rechts. Ich sehe dich. Ich werde jetzt da kurz rüber laufen und die blöde Tür zu machen. Ja. Dann sollen wir hier eine Company im Arsch. Drei, zwei, eins. Wer schießt? Wer? Ja. Wir sind hier bei 90. Aha, könnte. Hüpfte er wieder ab? Na ja, ich sage es ja ja. Und wenn wir das treffen hasapan? so lange sehe ich ihn nicht er wird hinten jetzt auftauchen ok ich habe rechte seite habe ihn ein treffer verpasst aber es ist nicht tot ich habe mich nicht sicher ob ich was Richtung tap back hat ok ja tap back minus war glaube ich ein raider kann sein ja wir haben durch die türen geschlossen ziemlich mal gekutzt sind wir haben zurück und zurück noch läuft wieder der typ noch mal metall ja auch nur scat mit schrotflinte habe ich nicht Minus noch nicht Minus ne ne noch nicht Minus jetzt Minus haben wir gleichzeitig geschossen ja und mal gucken was die haben nein der will hier oben nicht mehr pieken er ist er geht jetzt langsam so ok noch einer ich habe die tür ich habe die tür ich bin ganz vorne hier am zahn aber der ist ganz vorne hier am zahn hier bewegt er euch nicht ja nein ja der ist ganz vorne hier ok ok abschüde metall ihn näht man nice ja pappen holz nein von derselben richtung von derselben richtung er wird durch den er kommt durch ähm das zelt passen Minus ich hatte irgendwo metall gehört ich weiß auch nicht wo ja das war ich glaube ich das hier ja ja hast du einen Bauchschuss gehabt Jendrix? ne aber ich habe irgendwo was gehört mit dem Bauchschuss könnte Mitte gewesen sein du bist im Treppenhaus ja du bist im Treppenhaus ja ich bin im Treppenhaus ja einfach ab jetzt meine mp7 da rein getrun ja den spiel ich nicht was hat er für eine knussel gehabt mp7 bist du soweit ich bin soweit dann komm mal hier vor ein bisschen zu werten ich geh vor 500 dollar die muss ich schon mitnehmen ich bin ganz vorne jetzt ganz vorne wo sie voll war ja ich mach jetzt mir noch zu so ich dachte das schwarze bist du es egal alles gut ich wusste nicht wo die waren wenn der drogen drin sind ich brauche noch eins kannst du noch da hinten deine ganzen radar looten oben ist ja da hatte ich noch nicht kein platz mehr mittlerweile habe ich ja wieder ein echteck jetzt hätte ich wieder ja wenn man sich hier unten noch kohlser rucksack geholt ich bin ein tiefer gegangen auf der etage habe ich gehört da stehen zwei stück vorsichtig geh lieber hoch damit war falls wir rennen können gegen den granaten ich bin tot ich sehe ihn nicht und er schießt mich das ist doch ein lächerlicher scheiße und jetzt warte mal ab worts munition bp mutition von der kk das hast du ihn komplett runter geschossen martin Ja, die war vorher schon untergeschossen, das ist klar. Aber der hat mich auch in den Kopf getroffen, Mann. Ich sehe die Mauer vor mir, ich sehe nichts, ich komme zurück und er erschießt mich in den Kopf. Das war letzte Runde, ne? Gott sei Dank. Ich hab voll die Tasche voll ertrogen, oder? Na ja, dann könnt ihr alles mitnehmen, ne? Das hilft ja nichts zu lange. Direkt aus. Woher machst du noch einen, Will? Spätestens 11. Ne, ich glaube noch keiner mehr. Von wo ist der jetzt gekommen? Ich weiß es nicht. Ich bin ziemlich angeschossen. Muss oben sein. Ich blute, ich heil mich schnell. Ja. Ja. Haben. Guck mal, du machst ein Auto, wenn wir fahren. Ist sicher, der wäre nach oben. Mhm. Ich mach hinter dir die Tür zu. Nehmen wir die jetzt an. Steppst du? Nein. Enemies! Minus. Passen? Mhm. Gut. Ja, wir sollten hier langsam weg. Äh, ja. Irgendwie... Wirken die uns nicht. Kann man gar nicht erklären wieso. Ja. Was. Ich bin auf, woher ich nicht auf? Ich bin auf, woher ich schon. Ich bin auf, woher ich mich nicht nicht schau'n. Das war hier rechts rum oder? Raus nach rechts oder raus und gerade raus? Ich habe beschrieben. Ne, raus nach rechts. Steppen wir. Ja, gehen. Ist Debüt ein bisschen schwer? Äh, eventuell. Okay. Ja. Aber schön mal nicht weggechittet zu sein. Ja. Aber ich habe letztes Mal gelesen, dass zur Zeit wieder relativ cheater arm sein muss. 13.800 xp. 9.800. Ein Music und drei Radar.